Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin leider ein bisschen krank, das ist auch der Grund, warum vor allem in der letzten Zeit nicht so viele Videos mehr kamen. Plus Urlaub, aber egal. Und heute gibt es ein kleines Tutorial, wie ihr ganz einfach auf Nuke im Casual Game MVP werdet. Also Man of the Match. So, wir waren jetzt noch im Spiel, wir gehen jetzt mal rein. Ich habe jetzt schon gewartet auf 1 Minute 40 ungefähr, bin ich rein. So, oh jetzt liegt hier schon perfekt eine Waffe, perfekt. Ja, am Anfang müsst ihr also ein bisschen AK rumstehen und dann auf Schlacht gehen. Das ist ein bisschen Waffe von uns, mal durch Glück. Aber, so, dann machen wir direkt den ersten. So, jetzt wechseln wir zu der AK dort, die dort schon bereit liegt. Fast, also wir haben es geplant. So, dann machen wir jetzt hier direkt den zweiten. Nachladen, jetzt Flärschärfen ist ganz wichtig. Genau, rumziehen. Da ist jetzt bitte. Oh, perfekt, easy, los. Das war es so einfach, weil die MVP auf Nuke im Casual. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.